okay ich bleib hier drinnen bestimmt irgendwas in starse versetzen also rausholen rausholen ja irgendwie fg also starse geht nicht bei mir also hier dieses andere starse ding schießen bringt aber auch ich habe eine idee das sind mg türme ich will auch hinein ich muss ja oder die gegner alles explodiert aber egal schieß einfach hier nimm du den recht nicht den linken verdammte scheiße ein abnachlöck ja pass auf pass auf was ist das denn wie lange müssen wir doch schießen oh was passiert aber ganz bestimmt kommt gleich ein quicktime event bitte nicht spielte ich war sauf war sauf okay ich halte meine augen offen oh 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 okay das ist jetzt okay dann bereiten wir die docking bucht mal auf das shuttle vor dann gehen wir mal hier raus ne also das ist jetzt irgendwie ein abrupter schlag gewesen ja so ein bisschen irgendwie habe ich für schon dass wir noch mehr monster kommen am boden ausrichten rb passt auf dann sind minen passt schon ja doch einfach geradeaus die minen flingung ist auf uns zünder ja ich will einfach weiter zum sexen wie schneller als min das spiel macht mir kopfschmerzen ich glaube das sind auch allein wieder schon zwei folgen gefälle gewesen ich finde wir konnten da nichts für das spiel ihr wollt uns halt ficken naja das hat uns getrollt obwohl es weiß getrollt wird dieses ding braucht mehr als nur höhlenteile der backbord antrieb fehlt in der nähe der greely ist ein kleines frack könnte ein shuttle sein das sollten wir uns mal ansehen nein ernst zur greely sie kümmern sich um den antrieb hoppa äh hoppala hoppala ok ich will noch gucken jetzt waren wir hier schon mal oder hier waren wir schon deswegen ne hier geht's raus moment raus will ich nicht ich will ähm obwohl moment mal er ist doch verwirrt wir haben doch diese eine tür gehabt ja die war kilometer weit weg ja sicher ja ja ok dann gehen wir weiter irgendwo mitten in der mission ich will halt immer looten und leveln ja ich auch aber irgendwo noch ne hä wir waren hier schon überall weißt du wo du hin musst ja ich höre zu wenn die was sagen ja ich nicht ja siehste mal ja ja drei stunden aufnahme bis jetzt hier ja ich habe gehört wir spielen das jetzt bis zum ende ne ach so viel platz habe ich auch gell ja 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 sie wird sich einig wahrscheinlich feil ist das scheiße einmal raus verlassen wird eingeleitet so jetzt zum welchen wir müssen da unten rechnen also sind die frax jedoch für irgendwas gut sie wollten einen antrieb wir haben wir gehen ist doch scheiße genau wie unser plan für thema hilfreich einige von uns wollen nach hause okay ich habe alle leitungen und wartungsrohre abgetrennt aber keine ahnung wie wir das objekt in super das jetzt gesagt wird wie das geht ja aber wo ist dieses chinesisch schild oder geht es einfach irgendwie muss ein chinesisch schild sein aber da oben nee ich glaube ich habe geguckt kannst nicht einfach so greifen auf jeden fall ich bin da fertig ne wo sollen wir das denn jetzt greifen ich bin fertig damit was so den antrieb da sollten wir gerne mich ja greifen ja genau ja klar ich bin kein idiot und lassen sie die einspritzer fester einrasten ich will nicht dass sie sich mitten im flug lösen arschloch arschloch hält sein gesicht ok leute ich habe den antrieb ist alles bereit naja nicht ganz wir werden wie lili potaner im zirkus hin und her gestoßen wenn wir versuchen ohne kurs durch die atmosphäre zu navigieren und wenn wir die flugschreibe aus diesen verlassenen schiffen nutzen ja stimmt was machst du da ich sitze aber also jetzt bin ich mit meinem kopf aber in ungünstigen positionen hehehe so ekliger wichs ja wir wissen doch ne so bischöbige geht immer der Rainer macht 2 gravity 69 ja was achso so wir müssen wieder weg hier irgendwas ist hier irgendwas an der das schon wieder einfach die Transportstation schicken uns wieder hin und her oder was es ist besser als Rollenspiele wurde irgendwo hingeschickt ist irgendwie so ein Goldbarren und dann wird zurück ich hätte wollen Spielquestsystems sind immer so ja ja einmal Eintritt einleiten und wir müssen hast du zuhört wir müssen zur Roanoke Roanoke das glaube ich das Dings Schiff wo wir am Anfang waren oder nicht ich weiß nicht ich habe alles vergessen könnte sein da wo die TUS auf uns gewartet hat bist du die und raus Verlassung aber jetzt eingeleitet da Spiel ist das das ja auf jeden Fall okay gut da ist doch auch jetzt das Schiff was wir haben oder nicht ich habe keine Ahnung ich weiß nicht worum es in der Story geht das was wir eben geholt haben ach so da fehlt ein Triebwerk ja das haben wir ja gerade geholt ja da ist übrigens eine Bombe hinter dir ich hätte die jetzt auch entschärfen können bevor sie bei dir ist was ist hiermit was sollen wir da machen gar nichts oh da können wir was nehmen ich glaube ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden gut in der Roanoke sollten noch mehr davon sein okay mal sehen was ich finden kann das heißt wir müssen irgendwo rein aber das zeigt mir immer noch da drauf wo ist denn der Eingang von dem Scheißteil gewesen bei einem in der Tatilien gibt es doch keinen Eingang ich glaube habe ich ihn ja ich habe den Eingang gefunden wir sollen in das riesen Schiff wieder rein ach man ne wir drin da drin haben wir auch wieder eine schöne Werkbank ach ja stimmt kann ich wieder 10 Stunden mich dran setzen ja super hey na 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 hier ist Anzug jawoll ach so Anzug wechseln wahrscheinlich immer noch mach mal den n7 ja würde ich gerne hey die Leute sind nicht da die sind weg die sind weg nice ich habe gar keinen Wolfram mehr also kann ich fast nichts mehr machen ja was ist das die waren ja doch alle in diesem Raum das ist jetzt sonderbar oder komm mal hier runter komm gleich mach grad meins weg chinese nee scheiß auf chinese ich habe meine Stasi jetzt erhöht die waren hier doch alle oder die TUS war hier auf jeden Fall ja und die anderen freundlichen hör mal die auf die Musik das ist doch so komisch als wäre irgendwas gruseliges bei mir ist die so wie immer ja egal erstmal Flugschreiber eins von drei Feuerrad oh mein Superbot ist zurückgekehrt ja meine auch der bringt aber kaum Sachen nicht so ich steck wenig ich habe keinen Platz mehr für die kacke ich habe jetzt die Hälfte der Halbleiter aber irgendwie noch nicht die Hälfte des Wolframs Schaden Schaden und ein Clip hätten wir noch jo ja ich glaube ich nicht ne nur Schaden bloß eins alles gut irgendwas neues hier Tesla Kern ist der neu? nee gell nee der ist mit Perboi gewaschen Hydraulikantrieb Nahkampftool konische Streuung achso medizinische Hilfe und Stasi-Helfer ja toll achso da habe ich nichts drin ja dann kann ich da schon medizinische Hilfe rein tun warum nicht da da kann ich die Stasi-Hilfe rein tun gut bull house erfolg objekte save ich habe kaum noch ich habe kaum noch Heal irgendwie egal ich nehme nichts mit wir finden unterwegs eh genug ich habe glaube ich wieder meine Waffe irgendwie verbessert die Stasi-Hilfe ach wir sollen hier glaube ich doch nicht rein so ein Spacken oder woanders einfach hier lang Roboter setzen wäre eine weise Idee ich habe das Gefühl dass wenn man die zu oft so hintereinander quasi so setzt wie wir das ja jetzt gemacht haben immer wieder und immer wieder direkt dass da irgendwie dann natürlich die Sachen alle abgefarmt sind schon das weiß ich nicht keine Ahnung und hier haben wir das Ding ja jetzt zum Beispiel noch nicht gesetzt komm zu mir ja los ja wir sollen jetzt vermutlich die anderen beiden Satelliten finden um da die Flugschreiber rauszuholen hier vorne links wir haben aber eben gesagt in der Dings ich habe schon den Namen wieder vergessen wo wir hier sind warte mal Mission Flugschreiber finden eins von drei ich bin halt zu fett dafür ich habe halt meine 160 Kilo ne das ist ah ja so du musst jetzt Ausschau halten nach Satelliten ja toll ich denke das ist nämlich eine Such Quest ich habe einen oh ja wo bist du hinfliegen aber war ja auch nicht schlimmer einen Zwischenstopp wieder an der Bank machen ich frage mich ob man den hätte hier machen können den Bot so Teil gefunden so den dritten Satelliten finden wir auch noch hoffe ich mal da hast du ich glaube schon oh ich habe auch einen gefunden sogar zwei drei und da sind Gegner und so ist irgendwie geht dieser Satellit nicht vielleicht war das ist der an dem wir schon waren nee da müsste ja ein Loch unten sein ich habe auf jeden Fall zwei Stück vor mir und vier Minen dann nehmen ich habe alles ich möchte genug Flugschreiber haben um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren die folgen mir Hilfe ich baue alles in ein Navigationsmodul ein das ich dann an der Shuttle anschließe weil ich dir helfen will habe ich dich jetzt gerettet das soll aber kein Problem sein Lüge Lü 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 Navigations Dings erstellen hä warum hab ich gerade Schaden bekommen jetzt müssen wir wieder zum Eingang wo war der der ist ein scheißer Etzala zum Eingang folgt dir einfach mal du siehst aus als ob du weißt ja ich weiß auch wo ich hin muss ich bin beim Eingang Etzala ich wusste dass ich hier bei Traum war ich hab auch kaum ich glaub ein Magazin hab ich noch ja ich hab 25 Schuss auf meine Einzelschusswaffe und 60 auf meiner äh 19 auf meiner Minigang ja meine anderen Sachen sind auch noch alle voll aber als Clip hab ich nur noch eins so dann geh ich meinen Scheiß herstellen warte auf Partner so herstellen Herstellung eingeleitet hört doch schon hast gehört wir sollen zum alt Schauerberg fliegen ja du musst zugeben dass es Wahnsinn ist woher sollen wir wissen dass es da unten wirklich eine Lösung gibt weil du es mir gesagt hast im Quartier des Admiral du sagtest abschalten und genau das werden wir machen verdammt richtig wir müssen versuchen eine Motorei ist das letzte was ich jetzt auch wenn ich sage wir gehen nicht dann gehen wir nicht ansten wir gerade oder was ist eine Prügel rausschmeißung ja ich dachte eh das ziel in diesem spiel ist es Reinhard zu töten ja und wieder weg zu gehen von hier das ist doch wie so ein Rollenspiel wirklich immer nur A B A B A B A B normal bin ich es eigentlich gewöhnt von Spielen dass man immer wieder geradeaus weiter irgendwie geht ja weißt du wir sehen ja auch nie was neues vor allem weil die neuen Räume auch genauso aussehen wie die alten ja haha